Hallo zusammen, mein Name ist Lena Hecke-Gross, ich bin Biet-Lädin und ich habe gedacht, ich mache heute etwas mit euch Sport. Ich habe gedacht, dass wir heute einen kleinen Bein-Refresher machen, um den ganzen Körper in Schwung zu bringen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein kleiner Absatz, ein Stegentritt oder einfach ein Yoga-Block. Irgendetwas in Schwadchen zu halten. Dafür muss man sich mit der Zeche auf einen Block draufstellen und wir bewegen unsere Fersen hoch und runter. Am besten habt ihr eine Wand nebenzu, die ihr euch kurz ein bisschen abstützen könnt. Ausser ihr habt das Gefühl, ihr habt das super Gleichgewicht, dann kann man es auch ohne Wand machen. In der Übung machen wir am besten zweimal 15 Wiederholungen pro Bein. Die zweite Übung heute sind Lunges. Das heisst, wir gehen in einen Ausfallschritt und zwar stehen wir in einen geraden Stand und setzen unser rechter Bein nach hinten und schauen, dass unser vordere Knie bei der Abbewegung immer schön über unseren Zechenspitzen bleibt und schauen, dass wir mit den Knie ungefähr auf die Bodenhöhe kommen. Natürlich nicht unser Knie im Boden reinrammen und so machen wir auch zweimal 15 Wiederholungen pro Bein. Nach einem langen Tag voll mit Sport und Bewegung gönne ich meinen Beinen und Füssen vor allem gerne eine kleine Erholung. Am liebsten mache ich das mit der Pedicreme von Just, weil sie einfach für meine Füsse ein bisschen geschmeidig und eine Erholung gibt, die ich nachher wieder frisch im nächsten Tag starten kann. Ich danke euch fürs Zuschauen und tschau zusammen!